Geduld und Liebe, mehr braucht es gar nicht. So kann man jedes Pferd für sich gewinnen. Das hast du mir gesagt, weißt du noch? Und jetzt komme ich wirklich viel besser mit ihm klar. Am Anfang dachte ich, er würde dieses königliche Geschirr nie im Leben akzeptieren. Aber guck jetzt, er hat sich ganz und gar daran gewöhnt. Die Gefühle des Anderen zu verstehen, darauf kommt es an. Dort hinten erhebt sich der Berg Ranel. Nell ist ein alter Name für Nairo, die Göttin der Weisheit. All jene unter 17 Jahren sind noch nicht weise genug, den heiligen Berg zu betreten. Mit diesem Brauch wird die Göttin Nairo geehrt. Ob in der Quelle der Kraft oder der Quelle des Mutes, nirgendwo sind meine Fähigkeiten erwacht. Vielleicht ist es hier anders. Die Quelle der Weisheit ist mächtig. Sie enthält Nairos Weisheit, also vielleicht. Ich weiß, dass ich mich damit an Strohhalme klammere. Aber ich muss jede Möglichkeit nutzen, die sich mir bietet. Und sei sie auch noch so klein. Morgen ist mein 17. Geburtstag. Ich gebe nicht auf. Ich werde zu diesem Berg gehen. Jestechnik. Ich würde mich darin Jahren verlieren. Ich täno hin.